Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn, ich bin der Inhaber von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie einladen zu unserem Seminar Kundenbindung in der Weiterbildung. Sie erhalten in diesem Seminar Kompaktwesen darüber, wie eben gerade in der Weiterbildungsbranche Kundenbindung aussehen kann. Wir schauen uns gemeinsam an, welche psychologischen Grundlagen Kundenbindung hat. Sie erhalten zahlreiche Tipps und Tricks und zehn konkrete Maßnahmen, wie Sie Ihre Kunden häufiger reaktivieren können. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme, ich freue mich auf Ihre Anmeldung. Vielen Dank.